Hallo und herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Runde Reuspern mit dem Funke-Abkommen. Mimimimi. Ja, ich muss immer am Anfang erstmal meine Stimme ein bisschen finden. Ich muss den richtigen Ton finden, damit ich auch mich so sexy anhöre, was ich eigentlich gar nicht tue, aber ich baue gerade braune Pilze ab. Nein, das ist unglaublich. Und ich kann hier eben nicht weitererwenden, denn ich habe hier einen Spitzakalern und ich bin jetzt auf dem Weg nach Hause, denn ich will mir irgendwas schickes zeigen, aber ich habe mich hoffnungslos verirrt. Das wäre eigentlich richtig, wenn er mal die Koordinaten durchgehen würde. Ah, da. Was? Ähm, x minus 252 und y 71. Ja? Warte, x minus 200, 71. Nein. Nein, ne? M-m. Jetzt sag! 252, alles klar. Und z ist? 71. Ne, ne, das ist y, Entschuldigung. Z ist das. Alles klar, ich feier dich gerade so ein bisschen, dass du das geschafft hast. Ja, danke, danke, danke. Ich meine, das kann ja nicht jeder, ne? So koordinaten, Dusch geben? M-m-m, m-m, 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 m-m. Ich gehe hier gerade durch das Feld durch. Ich mache jetzt die Tür auf, mache sie wieder zu. Und jetzt esse ich ein Stück Melone. Und dann guckst du da hin. Äh, ich finde das... Das ist schwer. Ne? Ja, aber das... Das rechte, das ist so eintönig. Ja. Das linke ist vielleicht ein bisschen abwechslung. Vielleicht, äh, ich habe eine Idee, warte mal. Ja, ne? Machst du zum Dach hin vielleicht die schwarze... Die dunklen Balken, so hochkant. Oder zu einer anderen Etage. Weißt du, wie ich meine? Ne, weißt du nicht. Ne, weiß ich auch nicht. Kleiner Homo Sapiens. Was? Voll die Beleidigung. Oh, voll die Beleidigung. Denn ich bin eigentlich ein Homo Sapiensapien. Hühner! Ihr Hühnerlein, komm mit. Ich habe noch als Idee, dass wir das so machen. Es wird Nacht. Hähn legen, schlafen, schlafen, bevor die Monsters kommen. Hähn, schlafen, schlafen. Ich brauche ein bisschen Essen. Du kannst nur nachts schlafen, 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 du kannst nur nachts schlafen. Ütsi, bützi. Oh, ne, jetzt fange ich nicht da schon wieder mit an, ne? Ja, Mann. Ja. So. Und da ist auch schon das Ei rausgeploppt. Also aus dem Huhn. Hast du das gehört? Was? Ich dachte gerade. Ne, ne, ne. Nicht so, mein Freundchen. Wir sind ja hier nicht bei... Äh, keine Ahnung. Was kann ich denn mal machen? Du kannst dir das jetzt nochmal angucken. Ja, Mann, ich feiere das. Aua. Ach, du Kacke. Äh, ne, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ne, das sieht... Ah, ne, nö. Ja, nö. Ah, schwierig. Nein, nur das linke, Digga. Okay. Ihr habt gehört. Ich höre natürlich auf meinen Bruder. Oh mein Gott, wir sind Brüder. Ich habe es verraten. Mee, mee, mee. Es steht auch gar nicht oft auf YouTube in unserer Infobeschreibung und sowas oder so. Also... Ist so. Oh. Ich meine, die Leute das nicht lesen, hä? Selber geschuldet. Richtig. Selber geschuldet. Kommt, lasst uns fröhlich sein. Was? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ich finde, wir machen den Eingang in diese Richtung raus hier. Ja, habe ich jetzt gemacht. Okay. Du kannst dich auch gar nicht mehr wehren oder so. Während ich mich werte, ähm, wurde die Werbung verwehrt. Bist du wieder lustig heute, oder was? Ja, und hier ist jetzt ein Pilz, wie ihr es nicht seht, aber ich sehe es. Es ist wunderschön, ja. Dein Pilz abbauen. Mit, äh, gar nicht. Also dafür brauchst du Silk Touch. Ja, 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 richtig. Wo brauchst du, ne? Ich brauch mal die weichen Hände, die ich nicht habe. Du Handwerker, du. Ich bin ein Handwerker. Äh, ist man doch, ne? Handwerker als Kfz-Mechatroniker, ja, ne? Ja. Achso. Ja, was soll man sonst sein? Autowerker gibt es nicht. Oh, Jornimo! Oh, pfff, ich hab ins Wasser. Nee, inzwischen ist das ja mehr so Computer steuern, oder nicht? Was? So, Kfz-Mechatroniker, nee, ne? Ist noch nicht so extrem. Ah, aber viel Elektronik halt. Ja. Deshalb heißt ja auch Mechatroniker, ne? Richtig, schon nicht Mechatroniker. Richtig. 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 So, dann haben wir die Schicht auch schon fast fertig. Mal gucken, wie hoch ich das noch mache. Bende, was sagst du dazu? Wie hoch soll das noch werden? Eieiei, keine Ahnung, ich bin sonst am Arsch der Welt. Okay. Ist auch gut. Ja, ich glaube, ich weiß, wie ich das jetzt mache. Also ich werde jetzt diese Schicht noch einmal draufsetzen. Und dann, ähm... Ja, das soll doch gar nicht so hoch werden. Schmeckt's? Ja, ich musste gerade ein bisschen räuspern, um meine Stimme wieder salbig zu machen. Dafür trinkst du doch... Dafür hast du doch den Tee mit Honig getrunken. Ja. Aber wunderschön. Echt? Kann Tee schön sein? Man weiß es nicht, liebe Freunde. Man weiß es nicht. Also für mich ist Tee immer flüssig. Ja. Und mit schön... Das wäre lustig, wenn nicht. Mit Schönheit hat das so gar nichts zu tun. Dann heul doch, würde ich einfach mal so sagen. Denn schön ist nicht die Definition von hässlich und... Keine Ahnung, was ich gerade sagen wollte. Ja, ich würde aber sagen, dieses Haus ist hässlich. Ja. Deins? Meins? Deins. Echt? Unsers. Nein, ach, Ibo, Alter. Scheiß drauf. Ich glaube, wir haben Dach über der Rübe. Ja, das ist irgendwie wirklich hässlich, ne? Ist nicht so, wie man sich das vorstellt? Ja, ich weiß ja nicht, wie du dir das vorstellst, aber das ist komisch. Ja, mach doch meine Arbeit gut. Rede die doch gut. Ich glaube, das ist einfach zu hoch. Kann das sein? Ja, Mann. Okay, dann reiß ich das wieder ab. Also ich... Ja, du willst ja ein ganz normales Haus bauen, ne? Au! Jetzt bin ich runtergefallen. Ich würde mal sagen, dann machen wir die beiden Schichten da weg. Ja, so machen wir das. Alles klar, liebe Freunde. Ja, das machen wir jetzt noch weiter. Und in der Zeit merke ich einfach mal, dass ich die Musik schon wieder vergessen habe. Oh. Ja. Warum machst du die denn immer aus, du kleine Maus? Ich weiß es nicht. Du hast mal ein Brötli essen. Ich glaube, ich habe die ausgemacht, als ich in der Pause auf Toilette war. Warum machst du das? Oh, ich gucke die Folge jetzt erstmal in die Kamera. Ich vergesse das immer. Weil ich auch nichts zu erzählen habe, Freunde. Was soll ich erzählen? Erzähl doch wieder lustige Arbeitsgeschichten. Ja, toll. Es passiert doch nichts Lustiges mehr. Achso. Heute ist was Lustiges passiert bei mir auf der Arbeit. Echt? Erzähl. Meine Mutter hat mich besucht. Echt? Ach du Scheiße. Ja, das war dann auch das Lustige. Ja, lustig, Alter. Fein, das jetzt. Ich rutsche hier gerade im Sessel so ein bisschen auf und ab. Das ist schön, weil ich nicht mehr sitzen kann. Alles klar. Ich überlege gerade, was. Was? Und es tut weh, muss ich ehrlich gestehen. Ja, das Denken, das ist immer so eine Sache. Ja, definitiv. ,Din, de-de-din, de-din, 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 de-din? Hmm, ja, irgendwie sieht das alles zu kolossmäßig aus. Hm. Es ist vielleicht einfach zu groß. Müssen wir es kleiner bauen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Ja, ich versuche einfach mal das Dach draufzusetzen. Mal gucken, wie es so aussieht. Oh, jetzt hänge ich hier schon wieder fest. Ja, bitte. Aber das ist jetzt egal, dass ich festhänge oder auch nicht. Denn die Folge ist vorbei. Oh, schon wieder. Ja, das geht ratzifatzi. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal mit dabei seid. Ja, tschüss, ne? Ich schaffe es immer nicht, meine Hand in die Kamera zu machen. Deshalb sage ich jetzt so, tschüss. Okay, tschüss.